Mittwochabend, Rheinland-Pokal-Halbfinale, SG Nieder-Rospach gegen Oberwinter. Was erwartet ihr vom Spiel? Ja, hallo erstmal zusammen. Ich erwarte mir für das Spiel, für das Rheinland-Pokal-Halbfinale, erstmal eine schöne Kulisse für meine Jungs, was sie sich auch verdient haben und natürlich, dass wir eine Runde weiterkommen würden ins Finale, ganz klar. Wie siehst du die Chancen? Ich denke auf einmal, wir haben fünf Spiele vorher eigentlich souverän und auch hochverdient gewonnen und ich denke auf einmal, mit Oberwinter haben wir einen Gegner, wo man auch sagen kann, dass es auch eine machbare Sache ist. Siehst du euch eine Frage? Nein, ich denke auf einmal, wir sind ein A-Ligist und ein PC-Ligist ist halt immer im Vorteil und der Hausshof-Favorit. Welche Zuschauer-Kulisse erwartet ihr? Wenn wir das toppen können von Eisbachtal, dann wäre es natürlich eine klasse Sache. Welche Rolle spielt das Finale schon? Noch gar keine.